Pünktlich zum Valentinstag gibt es die Ankündigung für einen weiteren Chucky NFT Drop. Außerdem gibt es einen neuen Disney NFT Drop mit einer neuen Kategorie von Collectibles. Und wir schauen uns auf jeden Fall die Drop Details an für den kommenden Comic Drop. Und es gibt noch sehr viel mehr Themen, die wir heute diesem ganzen Video besprechen. Deswegen bleib auf jeden Fall unbedingt bis zum Ende des Videos dabei. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein VVUG mit den wichtigsten VV News, die du denn raus definitiv nicht verpassen solltest. Und ich würde sagen, wir starten heute auf jeden Fall mit dieser Menge an Themen direkt rein ins Video. Wenn dir natürlich aber mein Kanal gefällt und du auf jeden Fall in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest zu den Themen VV und auch Ecomi, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal. So verpasst du definitiv nichts mehr. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Und starten tun wir an dieser Stelle erstmal natürlich mit dem nächsten Drop, den wir bekommen werden. Und zwar nämlich der am Donnerstag. Und zwar nämlich mit dem nächsten Chucky NFT Drop. Und zwar sind wir nämlich am Donnerstag um 21 Uhr deutscher Zeit. Und zwar hier noch mit seiner Freundin Tiffany. Und die beiden werden sozusagen hier als ein Collectible droppen. Das Ganze wird eine Ultra sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der Droppreis sagen wird. Aber ich gehe mal so aus von 50 Gems. Auf jeden Fall eine coole Idee hier an dieser Stelle zum diesjährigen Valentinstag. Außerdem sehen wir auch noch einen nächsten Disney Drop. Und zwar nämlich hier mit einer ganz neuen Kategorie. Und zwar nämlich mit Pop-Up Cards. Und ja, was ist damit gemeint? Im Prinzip eine Karte, die aufgeht. Und da drin ist dann im Prinzip etwas. Hier sehen wir zum Beispiel schon ein Beispiel. Und so sieht das Ganze dann aus. Finde ich an sich eine coole Idee. Wer das Ganze dann wirklich kaufen will und wirklich haben möchte, ist dann die andere Sache. Aber an sich die Idee finde ich persönlich aber sehr, sehr cool, das hier auch mit einzubringen. Ansonsten werden insgesamt vier Karten davon droppt. Natürlich wie immer im Blindbox-Format am Freitag um 17 Uhr deutscher Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass auf jeden Fall noch drei andere Prozesse dann mit droppen werden. Dann ist er natürlich relativ offensichtlich. Aber hier auf jeden Fall ein weiteres sehr interessantes Collectible, was wir sehen werden für die Zukunft. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es auch weitergehen wird. Schreib mal übrigens sehr gerne unten in die Kommentare, ob du den ganzen Drop dort mitnehmen wirst. Oder wovon du es abhängig machst. Ob du erstmal auf den Medium-Artikel wartest und dann schaust, wie du kaufst. Wenn ich jetzt außerdem schon deine Aufmerksamkeit habe, dann hier auf jeden Fall noch eine kurze Stream-Ankündigung. Und zwar nämlich für den Mittwoch um 20.45 Uhr werde ich nämlich live gehen, zusammen mit den zwei Comic-Experten Chris Vivireisen und Enrico. Themen werden unter anderem sein, was AI auch mit Kunst bzw. Künstlern macht und auch allgemein mit der Sammlerbranche. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, auch auf deine Teilnahme und auf deine Kommentare. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den weiteren Teil des Videos an. Und weitergehen tut es an dieser Stelle mit dem nächsten Comic-Drop und zwar nämlich am Donnerstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Das heißt vor dem Chucky-NFT-Drop. Und hier sehen wir nämlich Black Panther Hashtag 5 aus dem Jahre 2009. Und hier sehen wir tatsächlich den Erstauftritt von Shuri als Black Panther. Und das Ganze ist auf jeden Fall hier mit diesen Covern einmal versehen. Für mich persönlich ist das definitiv ein Skip. Nicht nur aufgrund der Cover, sondern auch aufgrund des Droppreises. Schauen wir uns das Ganze aber mal an. Hier gibt es auf jeden Fall nochmal ein Video von Vivi mit dem gesamten Breakdown von dem ganzen Comic. Könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ansonsten natürlich wie immer mit exklusiven Rare und auch Ultra-Covern. Die Verteilung ist an dieser Stelle wie immer mit 10.000 Editions und einem Listenpreis von 7 Gems. Und wie schon angesprochen, der Preis des ganzen Comics ist auch nicht allzu hoch. Wenn wir uns das Ganze mal hier auf Go Collect anschauen, ja dann ist eine 9.6 gerade mal 110 Dollar wert. Also wir sprechen hier von keinem Mega-Great-Comic. Es könnte natürlich aber in Zukunft hier noch an Relevanz beginnen. Da natürlich das ganze Black Panther-Thema noch ausgebaut werden könnte mit Filmen, eigenen Serien und so weiter und so fort. Also hier besteht auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ansonsten für jeden, der auf jeden Fall gerne Podcasts hört, kann ich auf jeden Fall noch einen kurzen Podcast empfehlen. Und zwar nämlich von Mike Gondek zusammen mit dem guten David Yu, CEO von Vivi. Ich packe euch den ganzen Link für Spotify immer unten in die Videobeschreibung. Die haben wir schon angehört, ist auf jeden Fall was Nettes, was man mal nebenbei so hören kann. Wo man einfach noch mal so ein bisschen die Geschichte von Vivi ein bisschen mitbekommt. Wer sich auf jeden Fall dafür interessiert, schaut in die Videobeschreibung. Und ansonsten gibt es auf jeden Fall noch ein kurzes Update bei der Development Roadmap. Und zwar hat sich nämlich hier jetzt etwas geändert. Und zwar nämlich bei Omi on Web App ist es auf jeden Fall ein Stück weiter nach vorne gekommen. Bei Crypto2Gem sind wir auf jeden Fall relativ nah dran, hier auch wirklich das Ganze dann für alle zu haben. Und auch das Whitelast-Drop-System ist auf jeden Fall hier an dieser Stelle schon relativ nah dran am Finish. Und wir haben jetzt außerdem hier noch vermerkt, einmal hier unten im Bild und hier auch oben, wann das Ganze das letzte Mal geupdatet wurde. Das heißt am 10. Februar, dementsprechend vor vier Tagen. Also hier auf jeden Fall ein kurzes, kleines Update zu der Development Roadmap. Und kommen wir nochmal auf das Thema CryptoPay-In zu sprechen, denn ich habe eine Umfrage auf Twitter gemacht. Es haben an dieser Stelle nur 54 Leute teilgenommen. Ich habe auch noch andere Statistiken gesehen, wo auch andere Leute hier Umfragen gemacht haben. Und hier sieht man ganz klar, es ist tatsächlich noch nicht ganz 50% von den Leuten, die CryptoPay-In haben. Aber wir sind relativ nah dran bei den 50%. Also hier auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen. Das zeigt auf jeden Fall, dass wir definitiv noch in Q1 hier CryptoPay-In für alle Leute haben sollten. Und als letztes kommen wir auf jeden Fall nochmal auf etwas kurzes zu sprechen, was eher eine Spekulation ist. Ich persönlich aber ihn sehr interessant fand und zwar nämlich hier den nächsten Ant-Man-Film, der angekündigt ist. Und da könnte es dann wahrscheinlich auch die nächste Series geben von den Mightys. Zwar nicht mit Mightys aus dem Ant-Man-Film. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ansonsten finde ich so generell hier auf jeden Fall das Ganze sehr interessant. Denn ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass hier tatsächlich, wie wir auch mit Disney zum Beispiel oder auch mit Marvel, was die Richtung Fidgetil angeht, tatsächlich auch hier in diese Richtung gehen könnte. Zum Beispiel mit Schlüsselanhängern, was man dann auch wiederum digital haben kann, wo man dann mit Fotos machen kann und so weiter und so fort. Also ich glaube, hier könnte es tatsächlich in so eine Richtung gehen mit solchen etwas kleineren Gegenständen erstmal, die man auch im Alltag irgendwie haben kann. Sei es ein Schlüsselanhänger zum Beispiel. Ich bin aber auf jeden Fall sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Schreib mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was du denkst, was sie eventuell für Fidgetils auf uns warten könnten noch in 2023. Das war es an dieser Stelle mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like da, denn das unterstützt mich auf jeden Fall sehr. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen wieder genannt und wir sehen uns im nächsten Video oder auch im Livestream. Bis dann, dein Captain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.